Sie sagten, die Welt würde 2036 untergehen. Aber da lagen sie falsch. Die Welt ist schon vor sehr langer Zeit untergegangen. Umbrella, die Firma mit einer Fülle von juristischen Skandalen, versucht sich jetzt aus der Krise zu manövrieren. Die alte Firma machte leider viele Fehler. Die Produkte von heute werden unsere Welt verändern. Wir haben ein Problem. Das Medikament enthält das T-Virus. Das T-Virus kann Monster erschaffen. Milliarden werden sterben. Ich will von niemandem ein Wort hören. Scheiß drauf. Widerstand ist zwecklos. Die Ehe ist kompliziert. Die Ehe istрыgte aktuell. Die Ehe ist Gandhi. Steiglich. Sie sagt derechos. fondieren. DäunER